Jo Freunde, es gibt wieder neue Herausforderungen und zwar für die Rift Tour und damit können wir gratis Items bekommen, unter anderem hier das Emote von Ariana Grande, können wir gratis bekommen oder auch hier dieses Spraymotiv und für das Emote müssen wir die Aufgabe machen, schließe Rift Tour Folgeaufträge ab. Ja, was sind diese Folgeaufträge? Ist eigentlich ganz easy, heute kamen nämlich vier Stück rein, also das hier, spiele Matches mit Freunden, dann das mit den Rift Tour Aufträgen hier, dann hier mit den Hologrammflächen und sei mit einem Freund unter den letzten 25, also überall da wo DJ Bob ist und um diesen Auftrag hier zu machen, mit diesen Folgeaufträgen, müssen wir einfach die anderen drei hier abschließen, also das hier mit dem Freund, dann Hologrammflächen und hier oben Matches mit Freunden spielen, die drei müssen wir machen, dann haben wir das automatisch mit abgeschlossen. Weil das sind ja alles Folgeaufträge und so können wir das abschließen. Das Ganze könnt ihr übrigens nochmal hier bei dem Rift Tour Tab euch angucken, da steht es auch nochmal, also die drei hier machen, dann habt ihr das automatisch. Es kommen nochmal ein paar bald und da müssen wir auch nochmal hier Rift Tour Folgeaufträge abschließen, deswegen auch einfach alle, die ihr hier angezeigt bekommt, machen, um das dann hier auch in einer Woche abschließen zu können, dass ihr da auf jeden Fall auch Bescheid wisst. Ja, das zu diesem Video, wenn es euch geholfen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.